Hallo, hier sind wir wieder. Wie beim letzten Mal angekündigt, heute mal ein Blick in unsere Abteilung der Physiotherapie. Dazu bin ich hier in unserem Kernstück der Sporthalle. Ich mache mal einen Schwenk, damit Sie sich so ungefähr einen Eindruck von der Größe machen können. Und komme dann auch schon auf Nadja Schröder. Das ist unsere Leiterin der Abteilung Physiotherapie. Hallo Nadja. Hallo, ich bin Nadja Schröder. Ich leite die Abteilung der Physiotherapie hier in der Kulziusklinik. Ich bin selber Sportwissenschaftlerin und jetzt schon seit acht Jahren hier in der Kulziusklinik. Die Sporthalle, wie gerade schon angedeutet, ist somit der wichtigste Raum in der Physiotherapie. Hier finden viele verschiedene Sport- und Bewegungsgruppen statt. Von meiner Entspannung über eine eher klassische Rückengymnastik mit verschiedenen kräftigenden Übungen. Aber auch bis hin zu ganz vielen verschiedenen spielerischen Formen, Bewegungsformen. Und wir haben relativ neu jetzt auch für unsere Fitness-Elemente Jumping-Fitness integriert. Das haben wir ein bisschen für uns entdeckt. Das kann man sehr vielseitig einsetzen. Also durch eine niedrige Intensität, ein bisschen ruhiges Jumpen, aber auch ordentlich Power geben. Ja, und es ist hier dann sehr wichtig, Spaß und Freude an der Bewegung zu vermitteln. Und wir freuen uns immer über ein ganz interaktives, geselliges Gruppenklima hier in den Sportgruppen. Ja, super, vielen Dank. Und dann gehen wir jetzt mal gemeinsam rüber in unseren MTT-Raum. So, wir sind jetzt hier angekommen in unserem MTT-Raum. Ich mache mir hier wieder so einen Schwenk durch den Raum. Da ist Nadja. Ja, Nadja, erzähl mal, was haben wir denn hier alles überhaupt? Ja, das ist der Raum für unsere medizinische Trainingstherapie. Wir haben den Raum insgesamt so gestaltet, dass wir das Training recht individuell abstimmen können, recht vielseitig abstimmen können. Dafür hier im vorderen Bereich ist eher so unser freier Bereich für funktionales Training, Übungen auf der Matte. Wir haben verschiedene Kleingeräte, um ganz frei trainieren zu können, so wie den Schling-Trainer. Aber auch Training mit instabilen Untergründen für die Tiefmuskulatur, die Sensorik. Dann eher im mittleren Bereich des Raums haben wir die festen Trainingsgeräte, die geführten Trainingsgeräte, aber auch so ausgewählt, dass wir möglichst viele Muskelgruppen gezielt ansprechen können. Und dann geht es weiter in den vorderen Bereich. Da stehen unsere Cardiobiräte. Die nutzen wir für ein Aufdauertraining, aber auch zur Erwärmung vor dem Training. Wir haben Fahrräder, wir haben ein Laufband, wir haben einen Crosstrainer, ein Oberkörperergometer. Ja, und dann vielleicht noch mal darauf hingewiesen, diese Taue. Kannst du das mal zeigen? Warte, ich folge dir, damit wir uns da mal ein Bild von machen können. Wie funktioniert das? Genau, nicht jeder weiß genau, was das ist. Das sind Seile, die ein bestimmtes Gewicht haben. Also jedes Seil hat hier 5 Kilo. Und eigentlich sind die dazu da, um ein Ganzkörpertraining auszuführen, die Seile quasi in Schwingung zu setzen und aus der Ganzkörperspannung gegenzuhalten. Es ist ein sehr intensives Training. Wir brauchen dafür einen guten, festen Stand, gute Körperspannung. Obwohl wir die Seile dann in Schwingung versetzen und ein gewisses Zeitintervall diese Schwingung halten, dann in die Pause gehen und das dann gegebenenfalls ein paar Mal wiederholen. Sieht anstrengend aus. Ja, kann aber auch Spaß machen. Okay, ja super. Gut, dann gehen wir jetzt gemeinsam mit Ihnen mal in unser Bewegungsbad. Hier nochmal ein kleiner Schwenk. Da sitzt dann derjenige Physiotherapeut oder die Physiotherapeutin, die dann hier die Aufsicht haben. Bis gleich. So, wir sind angekommen hier bei uns im Bewegungsbad. Ich habe hier so einen kurzen Blick in unseren Ruheraum. Im Moment ist es hier ganz schön warm, weil wir es natürlich auch draußen entsprechend warm haben. Ja, das ist unser Bewegungsbad. Und da ist wieder Nadja. Nadja, wie tief ist das Becken? Das Becken hat überall eine Stabtiefe. Sie können überall im Wasser stehen. Nach hinten wird es etwas tiefer. Auf eine maximale Tiefe von 1,35 Meter. Und die Temperaturen? Es ist immer sehr angenehm warm temperiert. So ungefähr um die 30 Grad. Oha. Dann würde ich doch lieber in den See springen für eine Abkühlung. Jetzt, im Winter, ist das gar nicht so schlecht hier. Ja. Und was wird jetzt hier mit den Patienten durchgeführt? Ja, hier finden unsere Aqua-Fed-Gruppen statt. Das sind Bewegungsgruppen im Wasser. Wir nutzen die verschiedensten Kleingeräte für die Bewegung, um die auch verschieden intensiv zu gestalten. Und das Bewegungsbad steht auch in der Woche, in den Abendstunden und am Wochenende zum freien Schwimmen zur Verfügung. Auch da kann sich Kleinmaterial ausgeliehen werden, wenn doch lieber Übungen gemacht werden möchten. Okay. Ja. Und ja. Und wir haben ja auch noch eine Sauna. Wie ist das da? Ja, die Sauna, die steht zu diesen freien Zeiten in den Abendstunden am Wochenende auch zur Verfügung. Aktuell durch die Corona-Situation ist sie noch beschlossen. Aber wir sind dabei, sie zu den Wintermonaten, wenn alles so bleibt, wie es jetzt aussieht, wieder zu integrieren. Ja, verstehe. Weil das ist ja auch nochmal ein ganz tolles Instrument, um sich zu entspannen, um ein bisschen runterzukommen. Ja, super. Ja, also wir hören das auch immer oben. Ich sitze im dritten Stock und man hört es tatsächlich, dass hier wirklich während der Aqua-Fit-Kurse sehr viel Spaß und sehr viel Lachen. Und ja, das hört man richtig. Ja, wir haben festgestellt, dass Wasser an sich als Element einfach schon sehr motivierend ist und immer so eine lockere, angenehme Stimmung macht. Alle sind mit Spaß und Motivation dabei. Also Wasser kann schon sehr viel dafür tun, dass es gleich motiviert losgeht. Ja, das glaube ich. Super, vielen, vielen Dank. Und ich würde sagen, dann stellen wir Ihnen noch einige Bilder dazu rein. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wahrscheinlich wieder mit einem Gruß aus unserer Küche mit Diana Schönborn. Tschüss. 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 Tschüss.